Was geht ab Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar gibt es heute für euch mal die Blutgrätsche von Nordlicht Feuerwerk. Nordlicht ist einfach auch wieder ein Tochterunternehmen von Funke. Und zwar ja, die hat 16 Schuss, die hat 18 Sekunden Brenndauer und 20 mm Kaliber. Kostet circa 7-8 Euro und der Effekt ist richtig geil. Also ich habe mir mal ein Video angeschaut und war komplett überzeugt. Wir können mal kurz auf die NM schauen. Die NM beträgt, wenn ich es hier finden würde, hier steht es gar nicht drauf hier hinten. Ja genau hier, 128 Gramm für dieses Teil. Ich hoffe es spiegelt nicht, jetzt müsst ihr lesen können. Ja, 128 Gramm und ich will es gar nicht weiter rumlabern. Wir gehen einfach raus und zünden das. Viel Spaß. Ich hoffe es spiegelt nicht, jetzt geht es.